Vater-Sohn-Dialog Ein Junge kommt von der Schule nach Hause und stürmt ins Arbeitszimmer des Vaters. Du, Papa, weißt du, was mir mein Schulfreund Gregor vorhin erzählt hat? Der Angesprochene sieht verwundert von seiner Büroarbeit auf. Nein, mein Sohn, was denn? Er sagte mir, dass sein Vater gestern verstorben sei. Es lässt sich durchaus nachvollziehen, dass Gregor darüber jetzt sehr traurig ist, erwiderte der Vater dem Sohn mit betroffener Miene. Einen solch schweren Verlust steckt man nicht so leicht weg. Er hat seinen Vater sicher sehr geliebt und wird ihn nun schmerzlich vermissen. Armer Junge! Aber, Papa, Gregor ist darüber gar nicht traurig. Nein? Aber warum denn nicht, Kind? Ruft der Vater in seiner Fassungslosigkeit aus. Ach, weißt du, Papa, er hat seinen Vater zeitlebens niemals kennenlernen dürfen. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. gut, ним籠 ichب weiter. Vielen Dank.